So, wir befinden uns jetzt vor der St. Albani-Kirche, dem ältesten Gotteshaus hier in Göttingen. In ihrer jetzigen Form stammt sie aus dem 15. Jahrhundert und in ihrem Inneren befindet sich ein wirklich sehr, sehr schön bemalter Altar. Außerdem gibt es hier am St. Albani-Platz noch den Sheltonham-Park nebenan. Der Sheltonham-Park hat seinen Namen von unserer Partnerstadt in England, Sheltonham. Im Sheltonham-Park kann man übrigens im Sommer sehr, sehr gut grillen, weil das ist dort tatsächlich auch erlaubt. Es gibt extra für die Asche auch Mülleimer, wo man die Grillkohle dann entfernen kann.